Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, ein paar Dauer zu Glocke und so weiter und so fort. Dieses Mal ein Videovlog rund um Dating, Beziehung und Liebe. Macht die fucking Kurse, guckt nicht nur die Videos. Kriegt immer wieder Leute, die gesagt, hat ihnen so viel geholfen. Auf libysche.de, Selbstverhautungsstelle ist gerade wieder ein Durchgang. Und wir haben hier eine Datingfrage und diesmal so ein bisschen minuspolige Geschichte. Also, dass jemand berichtet, eine Zuschauerin, dass ihre Anziehung plötzlich verschwunden ist und sie versteht das alles nicht so richtig. Und ja, schauen wir uns das mal an. Lieber Christian, also Alter sollte ich nicht vorlesen. Die beiden Personen, um die es hier geht, haben aber ganz normales Dating-Alter, sag ich mal. Kann leider auf keine erfolgreiche Beziehungshistorie zurückblicken. Ich hatte bis jetzt nur eine zweijährige Beziehung, die allerdings sehr toxisch war. R im Minuspol, unzuverlässig, kaum committet, abweisend, verdrehen von Tatsachen, Lügen, Kritik zukunftsfähig geschmiedet und habe an einem vom anderen Tag geghostet. Ich im Pluspol, wobei ich sehr geduldig war und mein eigenes Leben weitergelebt habe, ohne ein Klammeräffchen zu sein. Das ist eine ganz häufige Biografie, dass jemand selber, vielleicht, kenne ich jetzt nicht, ein bisschen bindungsängstlich ist und dann auf jemand trifft, der ja noch einiges mehr ist hier, aber noch bindungsängstlicher und dann im Pluspol geht und dann eine super toxische Beziehung hinlegt. Sehr häufig, so zumindest mal im Blick auf die Sache. Die Beziehung war sehr schmerzhaft, die Trennung so schlimm. Die Beziehung ist ein paar Jahre her. In der Zeit habe ich viel an mir gearbeitet. Ich war in Therapie, fand ich aber nicht wirklich hilfreich, habe mich nicht verstanden gefühlt, habe da einen Datingkurs gemacht und habe mich in vielen deiner Videos wiederfinden können. Viele Freundschaften sind zudem in die Brüche gegangen, da ich gelernt habe, Grenzen zu setzen und es aber oft nicht mehr gepasst hat. Insofern bin ich dankbar für die Katastrophenbeziehung, da mir dadurch die Augen geöffnet wurden. Nun habe ich auf einer Dating, auf einer bekannten Datingplattform mit Hin- und Herswipen einen attraktiven, sehr liebevollen, ehrlichen Mann kennengelernt, der mich auf Händen trägt, sehr geduldig zu mir ist. Ich konnte erst am sechsten Date einen Kuss zulassen. So, da ist jetzt, also alles, was ich jetzt sage, ist überhaupt keine Kritik. Versteht mich da jetzt nicht falsch. Aber, ja, wenn du meinen Datingkurs kennst, dann wirst du es ja auch kennen. Ich empfehle ja auch Männern, früh mal so das Wasser zu testen, wie die Engländer sagen. Und, ja, mal zu gucken, kommt es zum Kuss, geht es voran. Und, wenn jetzt dein Partner sozusagen diese Datingkurse gemacht hätte, für Männer die, dann wärst du schon raus gewesen hier an dem Punkt. So, und wir sehen jetzt auch gleich, warum das, glaube ich, auch in diesem Fall ein guter Rat gewesen wäre. Nicht, dass jetzt irgendwas falsch ist, aber wie soll ich das mal sagen? Also, es gibt ja nicht mal nur zwei Gründe, warum man jemanden nicht küssen will. Also, entweder, den man gut findet eigentlich, ne? Also, entweder man findet ihn nicht gut, das ist so der hauptsächliche Grund. Oder man redet sich irgendwie ein, man müsste ihn gut finden. Oder, aber, oder sieht irgendwie gut aus und man denkt, man müsste ihn gut finden. Ich weiß es nicht, aber irgendwie, man findet ihn einfach nicht gut. Oder man hat viele Regeln im Kopf. So, irgendwie so Regeln, dass man das nicht tun sollte, jemand vielleicht schon auf dem zweiten, dritten, ersten Date zu küssen. Und das sind die einzigen Gründe so, ne? Und, ja, und bei dir ist es wahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass ich viel Zuschauer habe, die so übermäßig viele Regeln im Kopf haben. Zumindest haben sie die ja bei toxischen Beziehungen gar nicht. Ist es einfach mangelnde Anziehung so, ne? Aber gut, ich lese mal ein bisschen weiter. Da ich, da bin ich, glaube ich, immer so aufgeregt. Bei dem Kuss habe ich eigentlich nichts gespürt. Auch die folgenden Treffen waren sehr schön und ich habe mich sehr wohl bei ihm gefühlt. Allerdings spürte ich auch da beim Küssen nie etwas so, ne? Ja, jetzt kann natürlich auch sein, dass man irgendwie grundlegenden Themen hat, warum man keine Nähe zulassen kann. Aber wenn es sie geben sollte, dann bist du ja in der Therapie besprochen, da nehme ich mal an. Das lassen wir jetzt vielleicht mal aus und vor. Klar, da kann man sich jetzt auch noch so einen Case zusammenbasteln. Aber so für den Alltag, sag ich mal, sind es eigentlich meist diese beiden Sachen so. Und hier ist es einfach mangelnde Anziehung. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber es sieht doch gut aus und ist doch ein netter Kerl. Aber Anziehung ist leider nicht verhandelbar so, ne? Das wird von der Biologie geregelt und dann ist es auch, also letzten, am Ende des Tages, man kann natürlich viel über seine eigene Bindungsangst irgendwie nachdenken und was weiß ich. Aber am Ende des Tages, seid ihr, geht ja nur um Kuss, seid ja nicht zusammen. Also Ende des Tages ist es einfach nicht das richtige Match, so, ne? Ne? Weiß ich nicht, da würde ich, also, das muss schon irgendwie passen, ne? Beim letzten Date erkannte ich mich selbst nicht wieder. Ich konnte keine Küsse mehr zulassen, habe mich distanziert verhalten. Er hat dies angesprochen, ich habe versucht zu erklären, welchen Grund es dafür gibt. Ja, aber es gibt keinen Grund. Es vibelt einfach nicht, ne? Ich glaube, es liegt daran, dass ich es nicht gewohnt bin, dass ein Mann zuverlässig schreibt, immer nach Dates fragt, mich bewundert und mir Sicherheit gibt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das der wirkliche Grund ist oder ob ich einfach nicht genug Interesse an dem Mann habe. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ja, ich sage ja immer wieder, Binnung, also sichere oder außerhalb des eigenen Beuteschemers, zu daten fühlt sich manchmal awkward an. Es sollte sich aber nicht so awkward anfühlen, dass du dem bis zum sechsten Date nicht küssen kannst. Das sollte nicht sein. Nein, man muss jemanden finden oder muss so lange an sich arbeiten, bis man sich jemanden findet, der, wo man weiß, das ist nicht mein altes, toxisches Beuteschema. Und trotzdem fühle ich mich hingezogen zu ihm. Zumindest so die ersten Monate sollte das alles super glatt laufen, wenn dann vielleicht nach 200 Tagen mal so komische Phasen kommen, wo man denkt, boah, ist alles so stabil, so ruhig. Was mache ich denn jetzt? Also ich verstehe schon, glaube ich, worauf du hinaus willst, aber das sollte in den ersten Monaten überhaupt keine Rolle spielen. Man sollte einfach es viben und fertig. Das kann man auch nicht besprechen, so, ne? Ich beobachte auch, dass mir jemand nicht mehr gefällt, sein Aussehen gefällt nicht mehr, seine Stimme mag ich nicht mehr und ich mag ihn auch nicht mehr riechen. Warum so viel Zeit da reingeben, ne? Ich fühle mich so schlecht dabei. Ne, musst du nicht, da kannst du ja nichts dagegen machen, ne? So böse Sachen über ihn zu schreiben, das ist nicht böse, das ist einfach wie es ist, ne? Ich bin am Verzweifeln und muss sogar weinen, weil ich mir seinen eigenen, weil ich mir meinen eigenen Sinneswanderl nicht erklären kann. Aber das ist einfach Biologie, wo dein Körper guckt, ob es irgendwie matcht und dein Körper oder dein System sagt, das matcht einfach nicht, ne? Also selbst bindungssichere Beziehungen sollten schon mit ein bisschen Feuerwerk anfangen und nicht so. Also das funktioniert einfach nicht, da kannst du nichts machen. Liegt es nach seiner Wohnung, die ich nicht sauber genug finde? Leute, wir wissen doch, in toxischen Beziehungen wird alles akzeptiert. Alles wird akzeptiert, egal wie scheiße der Partner ist, wie schlecht er einen behandelt, alles wird akzeptiert. Und irgendwie eine nicht aufgeräumte Wohnung würde garantiert keine Rolle spielen, das vibet einfach nicht zwischen euch, ne? Er inspiriert mich nicht oder liegt daran, dass ich irgendwie nicht bewundern kann, nachdem ich ihn jetzt besser erkenne. Ja, es vibet einfach nicht. Oder er drückt es mich, dass er mich so toll findet, er macht aber kein Lovebombing, ich habe keine Lust mehr, ihn zu treffen. Du sagst immer, dass die Bindungsangst etwa nach 100 Tagen reinkickt. Ja, wenn überhaupt es vorher mal geweibt hat, aber das findet ja gar nicht statt. Man kann hier aber meiner Art nicht nach, ist es schwer von Bindungsangst zu reden, ob gar keine Bindung stattgefunden hat, so, ne? Oder das, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann. Wir sehen uns allerdings erst fünf Wochen, wir hatten neun Dates. Warum? Warum? Also wenn du jemand auf dem ersten oder meinetwegen auch zweiten und meinetwegen auch dritten Date nicht küssen willst, also der dritte ist noch wirklich absolut Ende der Fahnenstange, das kannst du abhaken. Ich weiß nicht, datet Menschen, die möglichst nicht toxisch sind oder wo sich das nicht toxisch entwickelt und trotzdem ihr sagt, hey, ich finde dich hot. Klar will ich die küssen, am liebsten sofort, ne? Also wirklich, quält euch nicht mit mangelnder Anziehung, das bringt es nicht. Das Gespräch mit meinem Verhalten hat dich natürlich verunsichert, obwohl ich sehr cool blieb. Er ist lieb eigentlich genau der Typ, den ich brauche. Ja, aber es vibet nicht, ne? Wie komme ich aus dem Schwächensum wieder raus? Du bist ja nie reingekommen in diesen Datingprozess, also der ist tot, wirklich. Was kann ich gegen die plötzliche Ablehnung tun? Ich weiß, dass meine recht erfolglose Beziehungshochstorie in der Kindheit begründet ist. Ich durfte mich nicht entfalten, dies, das, jenes. Durfte dies nicht, durfte jenes nicht, dieses nicht. Ja, und trotzdem bin ich mir ganz sicher, es wird Männer geben, mit denen du vibest, sofort. Hundertprozentig. Und ich werde es jetzt nicht abtun, deine ganze, du schreibst jetzt noch mehr von deiner Geschichte, ich werde es jetzt nicht abtun. Trotzdem, am Ende des Tages musst du Männer daten, die dir gefallen, ne? Und dann guckt man mal, ob es sich in eine sichere Bindung entwickelt. Und dann kann gerne mal nach vier, fünf, sechs, sieben, acht Monaten, kann es mal schwierig werden, weil es keinen Drama gibt. Und dann kommt man vielleicht mal ein bisschen ins Trudeln. Aber es sollte immer wirklich schön starten. Vielleicht nicht so, dass man so im Dopamin raussteht und alle zwei Sekunden auf sein Handy guckt. Das wollen wir nicht, ne? Ich habe ja auch so einen Verliebtheitstest auf meiner Webseite übrigens. Und da würdest du sicherlich sehr weit, also zu tief würde der sicherlich ausfallen für dich. Könnt ihr gerne mal machen. Also vergesst das immer wieder. Ich habe einen Verliebtheitstest und umsonst. Und ja, könnt ihr eure Verliebtheit mal überprüfen, ne? Das ist sicherlich zu wenig, ja, ne? Und jetzt gibt es einen Mann, bei dem ich mich gar nicht anstrengen muss. Ja, aber es gibt trotzdem nur, weil dein Kopf sagt, das ist ein feiner Mann. Das reicht nicht für romanische Anziehung, ne? Vielleicht ist er auch zu needy für dich. Vielleicht brauchst du jemanden, der so ein bisschen mehr laid back ist. Vielleicht ist er für dein System, ist er einfach zu präsent. Und dann ist es so, ne? Ist es mein Liebeschip oder finde ich ihn doch nicht attraktiv genug? Also in dem Fall, also sicherlich ist es irgendeine Interaktion von den beiden. Aber das Hauptproblem ist sicherlich, dass du ihn nicht attraktiv genug findest, ja. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Tschau, ihr Lieben. Tschau, ihr Lieben. Tschau, ihr Lieben. Tschau, ihr Lieben. Tschau, ihr Lieben.